Hey Freunde, was geht? Heute ein neues YouTube Video. Wir machen heute einen Vlog. Es hat gefühlt 30 Grad und wir gehen heute ins Freibad. Es steht Fußball an, Deutschland spielt heute. Drymax, sein Turnier ist heute. Das Fußballturnier. Wir haben viel zu tun und wir nehmen euch einfach mit. Viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Bis später. Freunde, wir sind jetzt im Freibad. Hier ist so die Hölle los. Gar kein Bock. Ich bin jetzt umgezogen, wir gehen jetzt rüber ins Wasser. Kleines Outfit-Check. Wir können immer ganz richtig eincremen, bevor man Sonnenbrand bekommt. Kennt ihr das, wenn ihr in Freibadzeit oder am See oder so von eure Wertsachen, also Geldbeutel, Handy oder so, einfach unter dem Handtuch versteckt? Als ob der Dude, der das snacken will, sich denkt, oh mein Gott, wo ist es hin? Ich finde es nicht. Also komplett los, wer das macht. Wir waren jetzt in die Stadt, wir waren im Freibad. Es war absolut super. Es war so viel los, da konntest du gar nichts füllen und ja. Wir gehen jetzt in die Stadt und wir sehen uns gleich. Wenn es Geld machen kommt, ich zeig dir, wie es geht. Warte, du warst gemacht. Fahrer mit Ace. Freunde, wir haben uns jetzt ein Eis geholt. Ich habe Nutella, Oreo, Cookie. So geil. Viel besser als fruchtiges Eis. Und du? Ich habe dasselbe, aber dunkle Schokolade. Richtig geil. Schön, aber Standard. Schön Standard. Such du mal eine aus. Ich? Ja, ja. Nein, such du dir auch. Du willst welche. Wow. Die sind auch viel zu groß. Ja. Eine kleinere. Ja. Ich wäre für die, die... Wie? Ja. Zieh mal auf, das ist bestimmt gut. Ui. Jetzt Shisha-Sachen kaufen, weil unsere mal wieder leer sind, weil wir einfach zu süchtig sind und viel zu viel Shisha rauchen. Und nur noch mal zu sagen, das Eis war so geil. Esst mir Oreo, Hotella, Cookie-Eis. So, Shisha-Tabak eingekauft. Ui, zwei Kilo Kohle, zwei neue Tabak. Die Frau ist glücklich. Ja. Wir sind schon wieder Sonnenbrillen anprobieren. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben die Brille gefunden. Zeig, welche es wurde. Ui. Ich bin in den Kaugummi getreten. So, was eklig ist. Uuuuuhh. So, was eklig ist. Uuuuuhh. Uuuuhh. Greisbar. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren kräftig einkaufen fürs Grillen. Geile Getränke, jede Menge Fleisch, Hähnchen und Garnelen. Äh, ja. Ich hab Hunger. Hunger. Ja, ich auch. Äh, und da läuft's. Das Event von Drymax. Wir werden jetzt grillen. Bisschen Chili. Chili machen. Shisha rauchen. Gönnt euch mal diese Optik. Ui. Hähnchen, Schrimps, Hähnchenspieße, Geflügelwurst, Bärlauch und geiles Paprika mit Peperoni. Einfach nur geil, Digga. Und da spielt Frankreich. Wir gönnen uns jetzt das Spiel. Ähm, gucken EM, essen. Die Shisha läuft. So, wir gehen jetzt zu meinen Eltern Fussball gucken. Deutschland spielt gegen Portugal. Ähm, da werde ich nicht so viel filmen, weil meine Familie nicht ins Internet soll. Aber mal gucken, was ich machen lasse. Ness. Noll. Deutschland! Germania! Germania! Turquie! Turquie! Pepe. Absolut asozialste Fußballspiel aller Zeiten. Un-ehre. Un-eh-re. Du nicht. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Deutschland hat 4-2 gewonnen. Freut mich auf jeden Fall. Christiano Ronaldo hat ein Tor gemacht. Ähm, jetzt spielt Spanien, aber wir machen jetzt nicht mehr viel. Deswegen verabschiede ich mich für den Vlog und lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann. Wir sehen uns. Tschüss! Ciao!